Aber hey, wir hatten auch nicht gespeichert. Ich stehe so wie jetzt wieder im Apartment. Haha, verdammt. Nee, das war jetzt nicht so der weite Weg. Okay, wir sind also live. Die Frage ist, hört man uns? Also hört man dich? Mich hört man. Prima. Im Spiel ist gerade nichts außer Fußstapfen. Gut, wunderbar. Awesome. Prima. Dann gucken wir jetzt gleich nochmal, ob das Spiel auch was macht. Ich labere gleich mal irgendwas an. Die Verkäuferin hier zum Beispiel, die kann ich ja mal bequatschen. Das klingt irgendwie zweideutig. Ausgezeichnet. Daumen hoch. Wir sind live und in Action und mit Sound von allem. Ich wollte gerade sagen und in Farbe, aber ich glaube Farbe war nicht das Problem. Nee, Farbe war nicht das Problem. Anyway, again, Arena, bla bla bla, Kämpfen, Spaß. Casino. Komische Sicht, nicht bewegende Leute. Ja, die stehen und sind in wichtige Gespräche vertieft. Das Lustige ist, wenn man denen hier zuhört, die unterhalten sich ganz viel über die Dinge, die im Multiplayer passieren. Also alle möglichen Schwierigkeiten, die Spieler berichtet haben darüber, die sie im Multiplayer hatten. Echt? Die besonders schwierig waren. Darüber reden die so, oh ja, ich war ja da und da stationiert und da war ja das und das stressig und ach Gott. Das ist ja geil. Das haben sie halt alles da mit rein integriert. Von ihrem Feedback. Wie gesagt, dieses Ding ist ein großer Fanservice. Sehr, sehr schön. Können wieder dumm tanzen, aber wir können einfach Partysupplies kaufen, bitteschön. 100 Credits für Partysupplies. Für nicht näher definierte oder benannte Partysupplies. Das ist schön. Muss man die nur einmal kaufen oder sollen wir dann mehr kaufen? Nee, muss nur einmal kaufen. Warum auch... Ich glaube, die wollen hauptsächlich, dass du mal einmal rausgehst aus dem Apartment und guckst, was hier ist. Damit du siehst, was da möglich ist. So, das heißt, jetzt können wir erstmal die Party schmeißen, beziehungsweise gucken, ob schon jemand sich mit uns irgendwie zum Essen treffen möchte. Es gibt hier eine Arcade zum Spielen und um komische Brettspiele zu spielen. Es gibt das Casino für Glücksspiele, es gibt diese Arena, die Bar. Wenn man die Romanzen mit Garrus hat, trifft man sich in der Bar mit ihm zu einem romantischen Tango-Date. Also, Garrus hat tanzen gelernt mit James, aber Shepard kann immer noch nicht tanzen. Garrus hat mit James tanzen gelernt? Jep. Ich finde es zu schade, dass es das nicht als Cutsheet gibt. Aber hallo. Jep. Jetzt können wir mal gucken, ob wir Nachrichten bekommen haben. Hier kann man dann seine Einrichtung ändern, wenn man Dinge gekauft hat. Zum Beispiel... Du hast Dinge gekauft? Nö, ich habe nur den Standard. Ach so, aber da wäre das dann möglich. Genau. Der Standard sieht auch unbequem aus. So, Messages. Was haben wir alles für Messages bekommen? Viele. Drinks, Fragezeichen? Lunch, Fragezeichen? Ah, sehr gut. Wir haben eine Gratis-Lifetime-Mitgliedschaft in der Armax Arsenal Arena bekommen, wo man dann halt rumballern kann, wie lustig. Yay! Das ist, glaube ich, so der Fitness-Club der Zukunft. Javik möchte uns treffen. Überraschung. Interessante Proposal. Gareth möchte uns treffen. Für Drinks. Drinks. Sam möchte uns treffen. Für Lunch. Yay! Edi möchte uns treffen. Für Shore-Leaf-Activities, okay. James möchte uns treffen. Und... Miranda! Ich habe übrigens letztens erst gecheckt, was Shore-Leaf bedeutet. Ich hatte im Kopf immer Shore-Leaf, also S-U-R-E-Leaf. Und habe da auch nie näher drüber nachgedacht, bis mir dann irgendwann, ich glaube sogar beim Mass Effect Let's Play, ist mir dann klar geworden, Moment, das heißt Shore-Leaf im Sinne von an Land gehen. Ja. Dann werde ich jetzt mal erst mal zu Sam gehen, die uns zu Lunch treffen will. Also ich finde, Beziehungen müssen zuerst. Auf jeden Fall. Und dann alles andere. Und danach können wir Javik treffen, der steht nämlich dann davor. Javik war der Protein, ne? Genau. Ich habe gesehen davon, dass das Lunch Date mit Samantha das Beste ist, was sie bisher gemacht haben in dieser Beziehung. Ja, das kommt mir echt ein bisschen zu kurz, die Beziehung. Da ist mein romantisches Herz doch... fühlt sich vernachlässigt. Wobei mich das bei Dragon Age ja auch schon gestört hat. Ja. Man arbeitet so ewig auf diese Beziehung hin und wenn man sie dann endlich hat... So, da geht's los. Die von Garris und Liara sind wesentlich zufriedenstellender und man merkt einfach, dass die Schreiber da mehr Zeit und Arbeit investiert haben. Okay. Die von Garris ist absolut awesome. Da kommt echt nichts zu kurz. Hihi. Wie spielen die da gerade? Ja, okay, sie spielen. Weiß nicht. Hm. Sie sind, Gantt. Ist das... ...space Chess? Das ist Kappesch Yakshi. Die deiner Wins, die Asari. Sie haben sie seitdem... ... stürmisch haben wir späuchten, nachher. Ich bin so sorry. Ich bin zumal am Tag auf ein Lark. Ich dachte, ich werde bei den ersten paar Runden eliminiert. Oh, keine Angst. Ihr könnt mir dein Freund sein, in... ...20 moves oder weniger. Das war so. Was ist das wirklich geil in Cutscene? Ja, gut. A few more centuries, Trainer, and you might be a challenge. You must not have that much time to practice now living on that warship. My people have more respect for the great thinkers. I'm able to live quite comfortably teaching Asari Maiden's tactics and strategy through this game. I'd expect the great thinkers to be helping with the Asari war effort. I mean, Earth was taken by surprise, but Dessia. You had all the warning in the world and the Reapers just rolled in. Excuse me, I'm trying to play. You're trash-talking. That's another strategy that doesn't work on the Reapers. It didn't work on the Rachni either, or the Krogan. Have the Asari ever won a war? The Asari have a culture that was exploring space while you were using stone-tipped spears. I think you're supposed to hit the button there when your turn is done. I'm sorry, T'Souza. This might sting a bit. This is wonderful. Very good. Soviel zum Thema Lunch. Hm? Ja, Lunch. Soviel zum Thema Lunch. Hier trifft man auch noch einen Companion aus dem zweiten Teil. You could win! Said. Der ist synchronisiert worden, damals, jetzt ist es schon damals, von dem Typen, der Ethan Rain in Buffy und Angel gespielt hat. Weißt du Giles Jugendfreund? Ja, klar. Der ist ja im Februar gestorben, diesen Jahres. Und das hier war das letzte, was er gemacht hat. Oh. Oh. You're mine, you bastard! Goddammit! Zaid? Over here, Shepard. This thing is fucking impossible. What are you doing? There was a kid here, sniveling brat, spending all his credits, crying. So you thought you'd get a prize for him? He asked. Looks simple enough. Goddammit! Where's the kid? What do I care? Got any credits, Shepard? Isn't there something better we could go do? What could possibly be more important than Zaid Masani not getting bested by some fucking kids game? You really want one of those plushy toys. Goddamn right I do. Okay then. Credits. Here, let me. Beginner's luck? It's obviously rigged somehow. But I just... never mind. I'm going to hunt down the shit for brains inventor of this crooked game and pull his inspiration out through his asshole. Probably some smart ass salarian bastard. I'm going back in. Credits. I'm going back in. I'm going back in. Who should I know? I'm going back in. Google's pocket. Ja, sinnlose Dinge tun. So, dann suchen wir den nächsten Treffpunkt. Javik. Für die, die es nicht mitbekommen haben, bzw. die Teil 1 und 2 nicht gespielt haben, neben dem Elcor-Hamlet-Dingens ist ein Teil, was immer wieder auf der Citadel aufkommt, die Blasto-Filme. Blasto ist so der James Bond der Citadel und ist ein Hannah-Geheimagent, der quasi so seine Liebschaft in jedem Spaceport hat. Und es sind unglaublich cheesy, super erfolgreiche Kinofilme. Okay, so Agenten-Romance-Kram. Genau, mit einem Hannah in der Hauptrolle. Mit diesen... Ähm, was in der Hauptrolle? Mit den großen Qualen. Ah, ah! Schön. Hatten sie einen männlichen Shepard als Stunt-Double? Ja. Sehr gut. Commander Shepard, thank you for coming. The urgent hour of doom, which we all urgently face draws near. Urgently so. Ist das so die schlimmste FC... ...X-Produktion ever? Ich bin in a refrigerator and defrosted him. So, are you guys just making this up or what? Of course not. A writer wrote it, so it must be true. I believe I have been misinformed about the purpose of this vid. Now then, oh wise Prothean Elder, what wisdom of the ages can you share with us? Solarean Kidney is best served at room temperature. It is even better when the Solarean is still alive. The fear adds spice. Prothean don't like you! Did someone say Prothean? This one is familiar with enkindling. This one has enkindled multiple females across the galaxy. Blasto! About time you showed up! The galaxy is under attack by Reapers! If only someone had warned us about them years ago! No! This one tried. This one was ignored. This one's efforts fell on obstructed auditors. Uh... Actually that was me. Sovereign. Saren. You might have heard of them. Yes, and Blasto here destroyed half the Citadel putting them down. But even he's just one Hanar. And now we've asked Commander Shepard and his Prothean partner here to assist. This one did not read that far into the script. This one does not share top billing. Wait, what? But it's Blasto 7. Blasto goes to war? Think of the children. In my cycle, your kind were nothing more than appetizers. Would you prefer to be boiled or fried? Prothean don't like you! This one has found his motivation. Very well. Commander Shepard and Prothean partner of undetermined ethnic origin. Welcome to the Spectre Club. You know what, Blasto? I think you're just a big, stupid jellyfish. How did you become a Spectre? I am not just a Spectre. I am an Ultra Spectre Elite 7000 Deluxe. Now with less recoil and faster load time. Where is the airlock? So I may throw you out of it. We don't have a prop for that. Cue the s***! Change the backdrop! All these Brittonians, you make good for some guys. We don't want to win too many players. We don't want to become disappointed and we really want to play appreciate it. Cue the s***! Cue the rune into the ajud! Oh, da ist jemand, das stolz verletzt, hä? Das war's? Das ist der ganze Film? Anscheinend. Oder ist es der Teil, wo wir in den Dreharbeiten dabei waren? Fantastisch. Das ist herrlich. So, was machen wir als nächstes? Wir joggen hier hoch zum Casino, weil Gareth uns hier treffen wollte. Stimmt, der wollte Dinge mit uns trinken. Ja. Oh, man kann's wieder awkward tanzen. Ja, man kann immer awkward tanzen. Ich mag das auch für Fancy. Ja. 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 Und hat dann immer so seine Highlight-Momente, wo er auf einmal dann so völlig beisammen ist. Sehr schön. Der Stream hat kurz gehakt, also hab ich's nicht ganz mitbekommen. Wie hast du das jetzt gelöst? Du hast ihm... Alkohol in die Hand gedrückt und gesagt, hier. Sehr schön. Und dann hat er nochmal von vorne angefangen und sie haben angestoßen und waren glücklich. Sehr gut. War bei denen nicht das Problem, dass die Frauen irgendwie diesen Virus haben? Ne, ne, ne. Das sind die anderen. Das sind die Krogan. Und den haben wir ja auch geheilt. Ah, okay. Und den Virus gibt's nicht mehr. Na, was mich raten ist, wollen sich mehr Leute mit uns treffen? Natürlich! Und wenn man alles fertig hat in diesem GLC, dann kann man auf die Nomadie zurückgehen und wenn man dann gleich wieder zurück ins Apartment geht, dann wollen sich Leute nochmal mit einem treffen und andere Dinge machen. Das heißt, man kann ihn wieder und wieder und wieder spielen. Sowieso. Wer schrieb uns? Ashley möchte uns treffen. Natürlich. Okay, offensichtlich ist der Stream jetzt deutlich hinterher, hinter dem, was du siehst. Okay, wo bist du denn? Jetzt geht sie, öffnet sie erst das Terminal. Ah, okay. Jetzt, ja. Ashley möchte uns treffen und Thanes Sohn hat uns geschrieben, weil er einen Memorial Service für seinen Vater halten möchte. Und Liara möchte uns treffen. Um dich wieder komisch anzuflappen? Wahrscheinlich. Wen rufen wir zuerst an? Edi. Oh ja, Edi ist gut. Können wir jetzt alle abarbeiten. Da ist Edi! Sieh! 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 Was wir gesamt? Nein, es ist ein bei dieser Aufenthaltzakale in der Citadel produz件 Is Edie proposing? Edie ist voll Edie schenkt uns Ringe Ja, sehr gut Wer will noch vorbeikommen? Wer als nächstes? James, Liara, Miranda oder der Sohn von Fane? Lass uns das Memorial hinter uns bringen Das habe ich noch nie gespielt, weil Fane immer gestorben ist, bevor ich ihn in Teil 2 invitiert habe Ah, siehst du mal, das ist doch super Das ist bestimmt deprimierend Gut, dass ich das nicht mit meiner anderen Shepard gespielt habe, die mit einer Romanze mit ihm war Oh ja, das wäre bestimmt hart Fane hat alle unsere Leben in unterschiedlich Ich weiß nicht, wie viele Mal Thane saved meine Leben oder ich saved seine Leben als wir außerhalb der Omega-4 Relay Das alles passiert ziemlich schnell Aber ich weiß, dass meine ganze Welt dann hätte kommen können Und es hat nicht Wir können nicht sagen, Fane Aber für diejenigen, die mehr Zeit haben in dieser Leben wegen ihm Wir können erinnern, wie er lebte Wenn wir das tun Er ist nicht wirklich weg Würde jemand noch mal sprechen? Was ich über Thane von Thane Was ich über Hörst mich über Thane Was für ihn erinnert Was ich über Thane Was ich über Hörst mich Er hat mich eine Malin Wie er erinnert Wie er immer alles Wie er immer alles Wenn ich das Fass er hätte Ich wäre ein nervös Wreck Thane Kept es unter Kontrolle Es ist verrückt, aber das letzte Wort, ich nennen Thane, ist als Assassin. Wir befinden uns in Feuer, das macht ihn ein Partner. Thane's letzte Stand war wichtig. Aber wir uns auch daran erinnern, warum Thane lefte Normandie. Er hat seinen Sonn weg, um ein Leben zu verabschieden. Die Dinge, wie diese Dinge, sind nicht unbezüglich von der Universität. Sie erinnern in alle, die sie hören. Das ist deshalb, warum ich hier bin. Thane hat sich ernst genommen, ein Trait mit welchem ich nicht immer antworten. Ich versuchte ihn auf ein paar occasions, aber was ich interpretiert, als ein Lack von Humor, war eine große Herausforderung. Thane hat sich um seine Leben zu verabschieden, in die wenige Organen machen. Thane. The day Thane came onto the Normandie, all Kelly and I knew about him was that he could probably kill us all with a ballpoint pen. But after you got to know him, there wasn't any reason to be afraid. He let you know where you stood. Kolyat, do you, uh... When I was little, I thought my father had it all figured out. He said men must be loyal to their friends, and dangerous to their enemies. But when he prevented me from hurting someone, he had changed. He said enemies and ego are not as important as loved ones. I didn't want to hear it. I didn't want to hear it. I was lost. I called him a hypocrite in a thousand different ways. Said that he was going soft. Now, I think maybe he did have it all figured out. That's all I can say. If anyone would like to continue, we'll be here. Looks like people are starting to clear out. Commander, thank you for holding this event. In time, it will be a good memory. He was one of us. Yes. He did not have many friends. The Normandy was. Good for him. If you will excuse me, I should take this opportunity to speak with the counselor. About what? He is feeling grateful, and I want to point out there are some Salarian biologists who need funding. If anyone would be able to create a breakthrough in the treatment of Kepprel's syndrome, it would be them. I don't want to discourage you, but the Council doesn't move too quickly, especially when distracted by the war. I have hope, Commander. And in the counselor, I may have an ally. Those are two powerful things. Oh, before I go, I was organizing my father's possessions, and I came upon copies of video messages he tried to send you. I sent them to your extranet address. I hope they help. More than they hurt. Until we meet again, Commander. Das ist erstaunlich grimmig, für den Rest des Tons, den der, der es hier hat. Gut, das habe ich jetzt allerdings auch erwartet bei dem ... Ja, schon. Nachdem das, also das war ja am Anfang schon super traurig, als Tane gestorben ist und so. Was wollte er denn jetzt? Review Messages, hat er gesagt. Ach, es ist woanders, okay. External. Sagt er nicht irgendwas mit External Terminal? Ja, External Terminal. Aber ich dachte, das wäre der. Vielleicht habe ich noch einen zweiten im Schlafzimmer oder so, keine Ahnung. Check Messages. Ah, hier oben. Am Fernseher. Okay. Messages. Dann gucken wir mal. Das ist besser als Antwort auf eine Frage in einer Allianz-Interrogation Room. Ich hoffe, dieses Messages findet Sie gut. Als für mich, ich habe in einer Apartment auf der Citadel nicht weit von Kolyat. Ich denke, das erste attack ich hatte hat 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 ihn. Ich will spare Ihnen die Details. Es war sehr dramatisch, aber in comparison mit dem Omega Relay, war ein Kindes Spiel. Die haben halt alle stattgefunden, die Messages, während Shepard in Untersuchungshaft war. Ich denke, das war ein Kindes Spiel. Ich denke, die Kommunikation von jemandem von meiner Reputation würden würden sich restriktiert. Die Ironie ist, ich bin in danger zu niemandem diesen Tag. Ich bin sogar bezahlen auf meine Investments. Ich kann nicht expect Kolyat zu tun, wenn ich nicht. Er ist besser. Er hat keine Ahnung, und er ist temperamental. Aber er ist employed und bleibt aus dem Krieg. Ich kann sagen, dass er sehr ernst ist, um sich zu verändern. Es hat ihn mehr als ein paar Freunde gekostet. Send etwas zurück, wenn Sie können, Shepard. Ich kann nur so viel lernen, von den News-Reporten über Sie. Ich habe versucht, eine falsche Identität, um zu versuchen, diese Messages zu Ihnen zu bekommen. Wir sehen uns, ob es funktioniert. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Oh, das ist so traurig, wenn man mitbekommt, dass er eine Antwort bekommen hat. Oh. 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 Was war das denn gerade? Äh, das ist seine, ähm, Identity Memory. Die haben halt nicht dieses... Erkläre ich gleich, wenn ich es dir verwende. Okay. Warte mal, bei mir ist sie noch nicht durch. Okay. Seine Spezies hat ein eidätisches Gedächtnis. Das heißt, die, ähm, erinnern sich halt zu jeder Zeit an, äh, Dinge so, als wären würden sie gerade passieren. Ah, okay. Aber das, was man gesehen hat, das war jetzt nicht das, was Shepard auch gesehen hat. Nee, also er kriegt... Sondern das war quasi eine Erinnerung von ihm. Ja, genau. Aber er kriegt dann trotzdem immer so Momente, wo er sich dann in seine Erinnerungen verliert, weil man sie nur sehr schwer von der Realität unterscheiden kann. Ah, okay. Okay. Auch hart? Ja. Ja. Ja, James ist gut. Einmal einladen, bevor wir dann endlich Party schmissen können. Dieses Apartment ist so saugroß. Mhm. Ich hätt das gern. Aber nur, wenn man eine Putzfrau dazu bekommt. Ja. 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 Ich mag James's ja. 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 Ich mag James's ja. Ich komm immer noch nicht drüber hinweg, dass es Freddy Prinz Junior ist. Ja, das ist echt krass. Ja, das ist echt krass. Ich wollte dir zeigen. Was denkst du? Es sieht gut aus. Und du hast es geschafft. Jetzt die reale Arbeit beginnt, nicht wahr? Genau. Und ich habe gehört, was du gesagt hast. Und ich bin in. 100%. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich wollte dir das Schmuck mal zeigen. Ich muss zurück nach Normandie. Esteban will meine Hilfe für die Shuttle. Danke für die Kommende, James. Das wird ein perfekte Ort für eine Fiesta sein. Bis zum nächsten Mal, Shepard. Bis zum nächsten Mal, Shepard. Ah, hab ich erwähnt, dass ich James mag? James hat den Trainingsraum entdeckt. Ja, eindeutig. Jetzt steht er hier rum und trainiert, bis man das nächste Mal weg geht. Das heißt, man kann ihm dabei zugucken, wie er einen Sandsack schlägt. Auf geht's. Jetzt färg ich den Sandsack. Leila oder Miranda? Um, Miranda. 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 Good to see you. How do you like the place? Not a part of town I'd normally associate you with, Shepard. I like it. Or fix me something while you're back there, would you? Sure. I'll get just the thing. So what brings you back? Mark. I was hearing some confusing reports. Sounded like you had lost your mind. No doubt. My communications were hacked, among other things. I'm sure the news had a field day. It did. So, a clone? Yeah. Saw it myself. Did you know anything about this? Just rumors. Nothing really caught my attention. But about this Brooks. Heard anything? Not as Brooks, but as Hope Lilium. Another lie, certainly. When the collectors showed up, she put together the dossiers on your crew for the elusive man. Never paid her much mind. Interesting. My focus at the time was bringing you back to the Lillium. We needed the real Shepard, not some cheap knockoff. I mean, really. A clone? You're enjoying this, aren't you? Oh. They shut down my favorite sushi place. That's a shame. Warum genau geht jetzt grad die Klaviermusik los? I did. I'll write on a fish tank. How did you manage that? It exploded. Hey, it was the clones' plan, not mine. Blowing up a fish tank shouldn't be part of anyone's plan. Although executing marine life seems to be some sort of hobby with you. No wonder your clone couldn't resist. It was the first step in taking over my whole life. We stopped it. Good thing, but why did it want your life? Why would anyone? All that running, jumping, gunfire. It's crazy. I'd describe it as engaging rather than dangerous. I'll drink to that. Trust me, I know all this isn't normal. Speaking of trust, with all this clone business, how do I know you're the real Shepard? I don't know, you do. Do I? That's the trouble with clones. You can never be sure. Come on, you rebuilt me from almost nothing. Don't you recognize your own handiwork? I like Miranda. Yeah. I like Miranda. I'm always happy that this isn't a romance option. I'm not ready, Bro Shep to play. Bro Shep to play. Bro Shep to play. Bro Shep to play. Bro Shep. 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 Kommander? Es ist ein guter Song. Es ist ein guter Song. Die Person, die mir das Song taught hat, war ein Freund. Ich habe so viel Zeit mit dem Wissen. Manchmal vergessen ich, dass... Es gibt Dinge, die du lernen kannst, indem du nichts machen kannst. Nur mit der Zeit mit den Menschen, die du interessiert hast. Was hast du gelernt von mir? Ich denke, wie ich mich in eine bestimmte Situation zu verletzen bin. Ich bin ein guter Lehrer. Das beste. Ich sollte wahrscheinlich gehen. Ich habe Informationen zu überprüfen. Genau. Aber erst, warum kannst du mir die Song? Ja, das ist mir echt ein bisschen zu schmusiwusi. Ja, mir auch. Jetzt muss ich noch mal gucken, wen wir noch irgendwo unterwegs einsammeln müssen. Ich glaube, Ashley und dann haben wir alle. Oder haben wir jemanden vergessen? Hatten wir Ashley nicht auch schon? Sie hat gesagt, ja, Cortez... Da war auch keine Nachricht, oder? Ja, von Ashley müsste eigentlich auch sein. Wo ist sie denn? Ich glaube, wir sollten sie irgendwo treffen. Ich gehe mal raus, dann steht sie da bestimmt irgendwo rum. Und dann Party Time. Party! Party! War das Game Night? Nee, Game Night war es, äh, Samantha vorher schon. Mhm. Der sortiert auch immer gerne mal wahllos die Nachrichten neu. Ach schön. Und dann denkst du so, äh, Moment, das ist doch voll alt. Ah, Moment. Scroll, scroll, scroll. Lauf, lauf, lauf. Scroll, scroll, scroll. So. Ich glaube, wir sollen sie auf einen Drink treffen. Nee, Drink war Gareth. Ja. Gareth auch. Wollte sie wieder zurückkommen? Ich habe irgendwas... Ich geh mal in die Bar gucken. Wenn Ashley irgendwo ist, dann ist sie in der Bar. Man kann Miranda später auch nochmal in der Bar treffen und dann eine femme fatale Night Out machen. Bzw. Shepard und Miranda treffen sich und versuchen, eine girly-girl-Night zu machen und stellen nach zwei Minuten fest, dass sie eigentlich nichts anderes sein können als Troubleshooting-Space-Babes. Ashley! Müssen sie dafür wieder alle in ihren grauenvollen Lederklamotten Lederkleidchen rumlaufen? Na, ich glaube, irgendwas anderes haben sie an, aber es ist auch grauenvoll. Sind sie bereit zu sehen, wer der Real Spector und wer der Pretender ist? Woa! Das ist GUD, was ist eine kleine kleine Siegel! Welcher von uns ist immer Rul zu den Training Reben? Auf was mir auf, Kommander. Es einfach runterkommen zu dem hierher. Die Regeln sind einfach. Ich nehme eine Latsch, du. Falls du. Hesitieren. Schwer. Es ist nicht. Das muss her sehr lange dauern. Ja. Glamant und Glorious Generation Superstar Spector First. Hat sie uns gerade dazu aufgefordert, versuch mich mal bitte unter den Tisch zu trinken? Ja. Oh, okay. Finde ich auch schön, dass das eine Renegade-Option ist, das zu wirklich zu trinken. Oh, Gott. Sehr schön. Danach dann die Party ist bestimmt spaßig. Das ist die beste Cutscene ever. Ashley und Shep zusammen... Großartig ist das bitte. Sehr gut. Vor allem das Fiese bei sowas ist, dem nach zu urteilen, was sie da gerade getrunken haben. Und jetzt haben sie sich gerade geprügelt. Das heißt, jetzt kickt der Alkohol ein. Theoretisch. Aber Shepard läuft noch gerade aus. Noch. Das Ende einer Cutscene ist quasi wie das Ende einer Simpsons Episode. Das ist so ein kompletter Reset auf Anfang. Das finde ich einen schönen Vergleich. Ashley ist gut im Trash Talking. Ja. Ich glaube, in der Party lachen sie dich auch an irgendeiner Stelle aus, wenn du anfängst zu tanzen. Und zwar wirklich die gesamte Crew. So, oh mein Gott, meint sie das ernst? Tut sie das immer? Sollen wir ihr den Alkohol wegnehmen? Ne, das ist normal. Wir haben schon wieder eine Nachricht bekommen. Wer will denn jetzt noch was? Widerlich. Was soll das denn? Immer wenn wir aus dem Apartment rausgehen, kommt jemand an mit. Dürfen nicht mehr aus dem Apartment gehen. Oh. Miranda. Oh, nochmal. Sehr gut. Oh, Grunt. Und zwar von der Polizei. Die Polizei. Noch nicht so weit. Jetzt kommen wir zum Final. Commander Shepard, your presence has been requested concerning an Incident revolving a Krogan identified as Grunt. Please report to the C-Sec Officer on Patrol. Wer ist Grunt nochmal? Grunt ist ein Companion aus dem zweiten Teil, den wir hier zwischendurch aber auch gehabt hatten. Aber das war vielleicht... Ja, da kommt der auch gerade bekannt vor, irgendwie. Also der Name. Ich erinnere mich dunkel. Ich werde mich bestimmt erinnern, wenn wir ihn sehen. Ich werde mal losgehen schnell. Was ist Raincheck? Raincheck, das war von Samantha, die meint, die sich nochmal entschuldigt hat für unseren Lunch, denn ich... Oh. Die können wir dann nach dem Party noch in unseren Whirlpool einladen. Ja, das... hallo? Da fange ich auch schwer aus. Bitte, bitte. In der Hoffnung, dass das Badezimmer ganz bleibt bei dieser Party. Es ist auch schon kaputt gegangen. Wir dürfen James nicht reinlassen. Es war nicht James. Wir dürfen auch Garrus und Rex nicht reinlassen. Eigentlich niemanden. Ja. So... Vielleicht... Mal gucken, wen wir jetzt zuerst... Ich habe das Gefühl ja immer, wenn man wieder aus einem Apartment rausgeht und zurückkommt, dann hat man danach neue Messages. Mhm. Aber ich glaube, wir bestatten einfach die Party, nachdem wir diese zwei Leute jetzt abgearbeitet haben. Scheißegal, was der Rest macht. Die können wir danach treffen. Genau. Und danach müssen wir die Welt retten. Nächste Woche dann. Nächste Woche, genau. Miranda! Oh ja, hässliches Lederdress. Wie du prophezeit hast. Oh, 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 ich bin gespannt. Der Livestream ist heute echt massivst hinterher. Okay. Miranda trägt ein bekloppteres Kleid. Miranda. Cute outfit, Shepard. Perfekt. I thought we might try an evening out. Yay. Miranda. Because... Weil sie es kann. I do. Just not used to it. Feeling a bit lost. Das Outfit von Shep wäre nur halb so schlimm, wenn sie ordentlich darin laufen würde. Ja! Und da. Und da. Uh-huh. Und da. Und da. Niemand ist gut beim Roulette. Shepard wirkt in dem Kleid auch einfach so ich fühl mich nicht wohl, kann ich bitte immer noch die Form wieder anziehen hast du das gerade wirklich gesagt Shepard? you jinxed vor allem so 5 Minuten nachdem sie sich mit Ashley zusammen mit Leuten in der Bar geprügelt hat Ethan Ethan Really? Oh schade, man sieht nicht was passiert ist Leider Dann müssen wir mal gucken, wo ist Grunt? Wo ist der C-Sec Officer für Grunt? Nummer 2, okay, geradeaus Wo siehst du das? Auf der Karte Du hast eine Karte? Ja, ich schalte sie noch kurz etwas länger ein Ich habe eine Karte Ich habe immer eine Karte Ah, die hat man gerade echt nicht gesehen Ich hatte nur ganz kurz gedrückt und sah auf welcher Nummer das war und da ich diese Karte auswendig kann Ah, okay Hust Da habe ich dieses Spiel zu oft gespielt C-Sec Officer Alles klar Jetzt weiß ich auch warum ich die noch nicht gesehen habe, weil der Livestream einfach mal das süß hinterher ist Achso, deswegen Klassiker Hello Grandiose Szene, die jetzt kommt Im Nudelhaus Im Nudelhaus? Grunt Anything you want to tell me about? This clown wants to take me a lock up Figured I give you a call Straighten this out Es heißt tatsächlich Nudelhaus Yep Da ist Grunt, ha Ich erinnere mich an ihn Was ich? Achso Ich weiß nicht Ich habe ein bisschen Ich habe ein bisschen Es lefte die Krankenhäuser Ich bin ein paar Töger Ich habe ein paar Töger Ich habe ein paar Töger Aber du bist in die Krankenhäuser Guess they're precious about some broken glass Before I sign you out Everybody walked away from this in one piece, right? Sure, yeah, everybody's fine Hospital seen better days, though Right, tell me about the windows A couple of squad mates broke me out for my birthday Tried lowering me down the side of the building on a rope It didn't work out It's your birthday? No, I'm tank-bred, remember? Anyway, we got some pictures on the Krogan memorial In the Presidium? Yeah, when C-Sec got there they were mad Or maybe they were mad about their car being on fire I can't remember Why was it on fire? I threw my bottle of ring call at it Pretty strong stuff Went up like a bonfire The C-Sec guys jumped out Then I figured they didn't want it, so I took it We didn't get very far before they shut us down Sprayed us down with riot foam Didn't work so well on me Oh, fantastic And why's that? Because I was on fire You know, from the car Come on, Shepard, keep up Right, sorry So how did they catch you? Got hungry Bought some noodles Let me handle this Officer, this Krogan is part of a secret Spectre Task Force Operation Fire Cobra Claw Operation Fire Cobra Claw That's right I can take it from here Send me the bill for any damages That's what you've been signing for, Commander You're lucky, Krogan Don't let me catch you up here again Fire Claw 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 Fantastic Fantastisch Oh, wie grandios, fantastisch Wobei mein Liebling, dass es wie aus dem Fenster fällt Ja Das ist grandios Und irgendwann, wie es dann aussummt und du siehst nur dieses bländende Shuttle im Hintergrund Und denkst, oh Gott Oh, wie herrlich, echt Und dann am Ende, na, wie waren denn die Nudeln? Spicy Oh Großartig, echt Ja, die, ja, Krogan for the win, ich liebe Grand Oh, das ist herrlich Kommt der auch zur Party? Ja, wir laden natürlich, jetzt müssen wir ihn mal einladen Fantastisch Da schwebt auch schon das Send Invitations über unserem Schreibtisch Ah ja Send Invitations Invite everyone, oder? Ja, auf jeden Fall Alle einladen Wir wollen noch nicht irgendwas spaßiges oder potenziell spaßiges verpassen Ja Möchten wir quiet or energetic? Energetic Wir wollten eine Party, wir machen eine Party Oh, jetzt bin ich gespannt My appearance to be more festive Is er eine, eine Disco-Koogel? Das wär irgendwie noch cooler Unser erster Task Hangout with Guests Ich bin ein guter Gäste Ich bin ein guter Gäste Überall gibt es Grüppchen Der Task Hangout with Guests finde ich auch wirklich schön, muss ich sagen Okay, also noch ist die Party nicht sonderlich energetic Der Alte ist, wir haben ja noch nicht angefangen zu trinken Ich bin ein guter Gäste Wie geht es? Wie geht es? Ich frage mich nach fünfmalen Und noch in der dritte Ich fange das Am ich auf dich auf dem Boden auf dem Boden morgen, L.T.? Hier ist es hoffen Das ist gut, ich kann mich auf dich mit meinen Abuelas Häusern Schauspieler Hey, danke für das Ich habe ich vielleicht ein bisschen geholfen Ich habe ja noch ein bisschen für eine Nacht Wir müssen jetzt einfach mal durch eine Konversation durch. Niedliche Musik im Hintergrund. 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 Maybe we can work in some one-on-one time later. I'll have to check my schedule. Also Dr. Chuck was apologizes for not being here. It's some emergency medical consult on the Citadel. She sent some fancy liquor though. It was great. Wish she could have had some. Glyph hat übrigens einfach eine Bowtie hinzugefügt und ist deswegen jetzt festive. Ernsthaft? Ja. Fantastisch. Ich stelle mich mal direkt davor, dann siehst du's gleich. Bäh. Ja. Oh, wie groß. Saugeil. Nächste Gruppe. Sehr schön. Oh. Hätte er sonst die Musik lauter gemacht? Ja. 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 So, dann hat mich Tanzen. Oh, das ist auch ne gute Gruppe. Hey, das ist eine gute Frage. Schön, dass ich mit Shepard einer Meinung bin. Es erinnert mich ein bisschen an Klingonen. Ja, es hat so ein bisschen so... Ist hier noch was? Nein. Hab ich alles schon erwischt? Also ich hab zumindest keine weitere Gruppe mehr gesehen. Dann können wir nämlich jetzt die Musik aufdrehen. Wollen wir sie ruhiger werden lassen oder lauter? Entschuldigung. Ist das eine Frage? Die hat halt andere Gesprächsoptionen. Ja, aber ich find lauter besser. Ja, ja. Ich auch. Let's turn it up louder. Okay. Alle weg. Alle woanders. Die Musik ist auch nicht lauter geworden. So, jetzt lädt das erst, dass es lauter ist. Und jetzt ist es wieder Hangout with guests. Ihr tanzt noch nicht. Das gefällt mir nicht. Ihr tanzt noch nicht. Das gefällt mir nicht. Warum läufst du auch vor der Tür hin und her? Ich warten wollt, weil ich überlegt hab, ob da noch eine andere Option ist, aber... Achso. ...müsstest du mich einfach aussuchen. ... 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 Fantastik! Oh Samara und Saeed! Hmm, company. Huh. You are a complicated individual. Are we talking about art just now? Why are we not partying? Wir müssen alle noch ein bisschen motiviert werden. So, you're leading the Grissom Academy students? Yeah. That a problem? Just a surprise. Your psych profile suggested you were mainly interested in yourself. You're telling me, I'm only interested in myself? Haha. Oh, that's just fucking perfect. Did it occur to you that maybe I'm trying to grow as a goddamn person? Oh, I could tell you a growing. I assumed it was whatever that is you're wearing. Oh, these? Well, yeah. They were strapped down with a leather belt before. It's kind of a stupid move to show off your rack in the middle of a maximum security prison ship. I never had the pleasure. You've never survived. You might break a nail. You have no idea what I'm capable of. You're a spoiled rich girl cheerleader. Victim. Test tube clone princess. I think it's past your bedtime. Oh, did I hit a nerve? I didn't get to read your psych profile. Hey, what do you think? Will you be feeling a sinner now? And I'm gonna be feeling a little better than this haircut. Hey, cheerleader. Mein Haar and I have been fighting fruits and marauders on the front lines of this war. Meanwhile you got your big bubbly butt kicked by some guy with a sword. Support Konflikt, Support Friendship. Ah, sehr gut. Okay, das ist creepy. Sie dreht den Kopf einen Ticken. Zu weit. Zu weit, ja. Ne? Bäh. Natürlich, Shepard. James was just explaining how physical conditioning trumps biotics. Really? You going there, James? Come on, Lola. You have to go with me on this one. Biotics are strong, but unpredictable, all that cooling down. Shepard, where did you find this guy? I wouldn't call my biotics unpredictable. I don't think the Reapers would either. A person can improve their physique, but biotics, they are what they are. He's joking. Right, James? I mean, what's your point exactly? Okay, okay. Maybe it's not conditioning exactly. Maybe it's just the condition of one James Vega. Come on, Ashley. Hey, Liara. Check it out. This guy here never has to cool down. In fact, the hotter, the better. Hilarious. Just hush and do some sit-ups. Kasumi. Just looking. Ugh, goddess. Unterstützen wir Biotics oder physical exercise? Wir sind selber Biotics, oder? Ja. Ja, dann müssen wir Biotics unterstützen. James, this is a no-brainer. Biotics win hands down. We're talking about harnessing dark energy here. Yeah, I hear you. Look around you. That had to be an argument you couldn't win. It's okay, man. Yeah, well, you win some, you lose some. Ashley, you couldn't back me up? Not without closer inspection. Yeah? I think I can make that happen. Okay, then. Okay, more drinks, snacks, help yourself. Sie sind alle so herrlich awkward. Aber hallo. Ah, da sind sie! Wer ist wo? Was? Sam! Ah, da. Ja. No, no, no. I wanted to ask you about... Weren't you saying something about the Normandies Drive Corps? Uh, no? Could you? I wish to... What's wrong, you two? I am asking specialist trainer about why she found my voice sexually attractive. Oh, really? Oh, shut up. I hadn't even met you yet. He hasn't said much. I put some in through the filters. Is it organic? On one occasion, you said that you wanted to, quote, put my voice against the wall and run your tongue along its collarbone. Well, there's a context there. You were talking about quantum entanglement and I didn't know you were an AI. Oh, Charlie is eindeutig, äh, nicht ganz, äh, comfortable with the... Unterhaltung. Cerberus programmed you to check body language. I get more reliable results measuring pupil dilation and thermal readings of erogenous zones. Oh, good lord. Wait, this is Duxro cheese, right? Keila, did I forget to scam the cheese? This is why I don't drink. Fair spare trainer. Edie has a right to ask about what you said. Oh, we are going to talk later. I was very interested in Trainor's ability to develop sexual feelings for what was, at the time, a bodyless voice. You are all terrible. Edie, I apologize for saying that I wanted to roll naked with your voice in certain shapes. Oh, I was not offended. In fact, it was flattering. Even the part where I wanted to grab your voice by the hair and nibble my way down its back. Let's remember that one for later, actually. I do not, in fact, remember you saying that, Samantha. Oh, that wasn't allowed. Never mind. Don't mind me. I'm just going to run a toxin treatment program, so I don't die. I'm just going to sit here quietly and hope someone changes the subject. Awkward. Awkward. Oh, sehr sehr schöne Unterhaltung, wirklich. 48V. Edie had ja auch ne tolle Stimme. Pauya! Da nuts, Patrick! I mean it's Tricia Hilfer. Hast du dieses fantastische ... das fantastische Cosplay gesehen?! Pauya! Ich hab's gel-verlinkt, auf Messenger. Ah, du war's das, ok. Das war echt großartig. Ach, sie werden Freunde. Natürlich. Ich sag doch, die hängen nachher zusammen ab und sind BFFs. So, haben wir noch jemanden vergessen? Ja, die hier. Rex und Kone. Ja. Finde ich auch gut, dass die Unterhaltung erst mal gestorben ist, als Shepard dazu kam. Ja. Ja, genau. Einige Rangstattung wird dich verabschieden. Genau, Commander? Du wirst mich nicht schießen. Meine Testosteron-Level sind ziemlich hoch. Ich fliege eine totale Krieg-Machchine, weißt du? Ja. 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 Aha. Ja. Ja. Wir müssen erst mal das Tanzen laden. Edie und Joker tanzen nicht. Bounce and Spin Function. Aber es ist gut, dass man einfach hier Glyph sagen kann, bring mal alle zum Tanzen und dann tanzen auch alle. Joker ist gemein. Nur ein bisschen. Der kriegt sich ja gar nicht mehr ein, echt. Ja, Joker und Edie tanzen. Genauso awkward wie Shepard eigentlich. Ja. Die drei hier sind geil. Oh, fantastisch. Ja. Sie sind wirklich super awkward. Ja. Ja. Anna, wenn das jemals passiert auf einer meiner Partys, bitte warne mich. Was ist das mit den Waffen? Dass sie anfangen Dinge abzuschießen, ja. 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 Mann. Ich find ja schön, wie Miranda im Vergleich zu den anderen Tanzen, ne? Sollten wir, glaube ich, nicht stören, die beiden. Tja, dann hätten wir wohl zwei Leute erfolgreich verkuppelt. Sehr, sehr gut. Grunt schläft in der Dusche. Ja, der läuft. Finde ich schön. Und der redet jedes Mal Blödsinn. Was ist das, Grunt? Gib mir mehr, gib mir mehr. Fist of Food Shack. Shack. Every time I have found this blue rock for you. Niara. Ja. Wir gehen dann da mal besser weg. Sehr, sehr gut. Sie machen komische Dinge. This blue rock for you, Niara. Ja. 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 Das ist wie unsere Legs bent. Ja, du und die Asari. Ich bin froh, dass du nicht überraschst. Ich bin nicht überraschst, bis ich die Firma gefunden habe, Dog Legs. Bis dann? Watch and learn. Dog Legs. Das ist in es. Ja. Ha! Go for it! Ha! Oh, warum ist sie auf den Knien auf dem Tisch? Ja. Ja. Ja! Ha! 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 Stabilität jemand der beim Tanzen in die Hände klatscht muss gar nicht sagen Katsch, Katsch, Juhu ist leicht albern Machen wir mal ein Gruppelfoto Kitschige Partys, musst du mit Gruppenfotos spenden, das habe ich bei dir gelernt Oh, sehr gut Normandie Normandie Völlig überbelichtetes Bild Instagram-Filter Oh, herrlich Jetzt kommt der Morning After Oh, what a night But look who's here For certain definitions of here What did we do last night? What didn't we do last night? I want to treasure this moment Before I start remembering all the drunken Antics I need to apologize for Ihr seid noch angezogen, so viel kann es nicht gewesen sein Ach, in meiner Meinung nach sind wir wieder angezogen War Acid Acquired, Team Spirit Ausgezeichnet Und guck mal, hier ist Javik betrunken auf seinem Badezimmerfußboden Also mit Hangover Ist noch nicht Und man kann immer noch Hangout with Guests, finde ich immer noch schön It was horrible I was alone Primitives had evolved They ruled the galaxy Salarians Turians The Asari There was one The Ara Those eyes And that voice She was Blue I find it aber schön That his conversation with Is it time to rule the galaxy yet? And that's why they were all overnachtet Yeah, okay Maybe I should just stop saying that word But only if Liara stop saying that word Oh schön, dass anscheinend alle übernachtet haben, ne? Yeah Oder einfach zusammengebrochen sind irgendwann Was someone making tea? I could use some tea Shepard, good morning I want to thank you for inviting me here It was good to see everyone again Ich sitze hier und meditiere Tja, warum nicht, ne? Ja Oh, Tali Hangover of Doom Talib The arms I think I broke my head on something last night Oh, my God The bathroom is all cleaned up, Shepard Good as new Shepard Ich möchte nicht wissen, warum er Ihnen das Bad sauber machen musste Ne, weil er die Dusche kaputt gemacht hat Oh, ich habe gerade gesagt, ne? Okay James hat auch das Genick gebrochen Oh, not, not so loud Hey Morning, Shepard I had a lovely time last night I see everyone survived the festivities More or less Good tea Shepard Eggs 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 Some neighbors came by last night to complain about the noise I put their bodies in the building incinerator That was a joke I have nothing else to report I recommend breakfast I have nothing else to report Oh, I put the body in the building incinerator I would have thought all those tequila shots with James would have prepared me last night I have nothing else to report What a night How should never ended How should never end it? Shepard Good to see you out I hope I didn't wake anyone up with my snoring I go like a buzzsaw since I got my nose broke By the way you're almost out of bacon Das ist unser Bacon, jedenfalls. Es gibt noch ein paar Dextrose in der Friezer. Ich schraubte dir drei Striebs. Ich dachte, es war ein Fair Payback für alle die Zeit, du schraubst mir meine, oder? Shepard? Es ist ein langes Mal, seit ich die schwersten Sachen schraubte. Wunderschöne Zeit. Du bist seit 700 Jahren. Du beginnst zu bezahlen für eine Nacht wie das die nächste Morgen. Hey, Commander. Hell of a night. So I've managed not to throw up. Feeling pretty good about that. Sie sind alle fertig. Ja. Gute Party offensichtlich. Ich sollte mich einfach nicht hinter die Leute stellen, dann brechen sie auch nicht immer ihren Hals. Hm. Boah, das sieht so creepy aus, echt. Oder, alternatively, I should never talk to Edie ever again. It's not my fault, I was over served. Hey. Okay. Ich hätte gerne eine Kopie von dem Video, aber okay. Kann man mit ihr jetzt noch Whirlpool? Ja, wer ist beim nächsten Mal, wenn man wieder auf die Sitter-Dinges geht. Oh. Ja. 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 Das sind biotische Spezialfähigkeiten. Ah. So. Wir returnen mal zur Normandy. Und dann ist der DLC offiziell abgeschlossen, aber man kann das Gebäude halt immer wieder benutzen und dann immer kleine Aktionen machen. Würde ich nach der Schlussszene nämlich für heute auch Schluss machen. Ja. Das klingt gar nicht im Plan. Vor allem das ist jetzt eine schöne Abschlussszene für den DLC. Das man aber auch echt immer durch diesen Gang durchmacht. Was für mich etwas... Was für mich schon wiederangert? Was für mich schon wiederangert? Was für mich schon wiederangert? Was für mich schon wiedergekommen? Was für mich schon wieder threadbare? Was für mich die Fälle drin ist. Wenn wir die Alpinaos mit hochwertigen und beachten, wo sie auch nach der Normandy zu kommen. Du hast es. Ich glaube. Du hast ja. Was für mich schon wiedermun varias Uhr cook. Der Alpinaos hat ihn dort liebolar. So much for shore leave at least we threw one hell of a party probably the last one come on none of that I know you you always find a way to save the day no matter what this wasn't what I signed up for but it's been a good ride the best das war jetzt nicht chronologisch aber erscheinungstechnisch gesehen die allerletzte mass effect szene wie die letzte mass effect szene das ist das was zu allerletzt rausgekommen ist der dlc kam ja jetzt erst als nachspiel quasi nach dem spiel und das war jetzt so quasi dann der abschied ja schön wenn man in einer romanze mit fane war und keine neue romanze angefangen hat erscheint an der stelle sein geist oh und sagt einem dass er auf der anderen seite der sehauf ein wartet und shepard beendet das gespräch mit ich bin ich bin fast da es ist so deprimierend es ist so ultra deprimierend überhaupt also generell der dlc der ist insofern cool als dass halt jedes mal wenn du ein bisschen was anderes machst mit einem anderen romance interesse da reingehst wo da die party anders verlaufen lässt wo du ja drei verschiedene möglichkeiten jedes mal wieder hast ja kommen halt komplett andere gespräche und andere gruppen konstellation zusammen ja und wenn ein oder zwei von den leuten die jetzt alle dabei waren nicht dabei sind weil sie zum beispiel tot sind oder die du den dlc früher spielst kommen auch wieder neue komplett neue dinge zusammen sehr cool also der hat den widerspiel wert einfach echt sehr hoch finde ich ja wenn man einen charakter hat und dann das safe game einfach mal abändert und sagt so ich spiele das jetzt nochmal dafür gibt es ein schönes kleines programm so dann würde ich sagen machen wir schluss für heute und nächste woche gibt es dann noch eine whirlpoolszene und dann gehen wir in den elusive man angreifen yay und ihm hoffentlich den kopf wegpusten ja bitte ich bitte sehr darum ich hasse den elusive man und vor allem kai lang angreifen der ist ja auch stimmt der ist immer noch nicht tot ne die sau ja dringend sehr gut das ist so dann der nächste schritt und danach geht es halt Richtung erde let's kick some ass nächstes mal ja ausgezeichnet und ich habe nämlich ich habe keine ahnung wie lange denn tatsächlich das endgame auf der erde dauern wird weil ich erinnere mich dass es mir total gefühlt total lang vorkommt jedes mal ja aber ich glaube das ist eher so der eindruck den du hast während du spielst weil es ist so einfach gott ja wir werden überrannt und es sind noch viele gegner ja ja dann bin ich mal sehr gespannt ja also nächste woche ist nächste woche sind wir richtig ne das ist kein hangout äh doch nächste woche ist hangout nächste woche ist hangout dann glaube ich glaube zumindest let me check the calendar ja nächste woche dritter erster mittwoch im monat nächste woche ist hangout dann nächste woche dienstag oder donnerstag wird dann bei gegeben gelegenheit bekannt gegeben genau und nächste woche mittwoch natürlich hangout yay wir hangouten über uns genau wer noch kommentare oder fragen hat gebt es wird auch noch eine umfrage geben ja haben wir zumindest geplant ok dann bis dann tschüss Tschüss!